Hallo... Ich weg. Okay. Nein. Nein. Entschuldigung, Mohammed. Okay, haust du. See you later. Ich geh haust du. Ganz breit. Ja, jetzt fängt ich raus weg an zu sprechen. Ich geh raus weg an zu sprechen. Das war grad so bitter, ne? Der Moment, wo ich rausgefängt, dann war zu regeln, ne? Ich geh das wohl wahr. Ich geh das schon. Oh, wieso wie Holpetschern? Geh man gerade über die Tür. Bom. Man, hier regnet, ey. Jetzt muss ich angeln im Regnen. Im Regnen? Ah, die Fresse. Hm, nö. Okay. Es kommt ein Hund zu mir aufm Baum, verpisst dich, du Köln. Ich geb dir Shelley. Ich geb dir Shelley. Und eine Gratis-Delle. Jo. Fehl ihn eh eh auch. So. Leck mal wieder ein bisschen rum, aber egal. Ähm. So. Okay, was machen wir? Das ist ja hier. Ich angle. Ich angle. Was können wir noch nach? Das können wir noch nach... Döhm. 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 Was ist das? Das ist das Dach? Ja, erstmal nächste Etage. Mhm. So über den Stall auch noch im Garten. Äh, das machen. Wo ist ein Stall? Weil hier ich wollte, weil ich schaue. sie sind seit noch oft das meine ich auch möchte er hat mich schon mal im Zaun diese Wundenpläne Nürnstl und er wurde ja schläfts ja ja um 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 auch wenn man leckt ist ziemlich die um was macht man kaum so ich hab ganz viele guten Plains 3 Steaks er wurden Slips die sich gut Kling Park auf 5 e und hieltet mich auch noch Kommen nach Kuh 7 ich mache mir gerade die Zäune ich hab mir viel zu viel gemacht die Zäune und wir sollen sehen Joachim die Fischste hier aus ich steh sie lief Jo Aten Boah 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 Ja, play later to brown Nononoono... ¡Noono! Noono... Hululululú vuu... blamed... Mach mir die Schnarch... Das ist so ein Dream Team. Ihr seid gar nicht alle. Ich hab mir alle Dach die eindeckt, kaputt gemacht. Er kommt gar kein Sonnen mehr hin, oder? die die brauchen braucht man nicht brauchen die brauchen Licht also Fackeln geht auch nachher ich bin ich bin ich bin ich in den Gründen sind siehst du es lächeln der Säure sind schön viel Geld Fähne singen die Sonne ja ich verbohr mich hier hoch so macht man das zu verboten sich hier ich schwöre m wir denken dann wieder auf den Durchgang machen bei der der Fahndung Wofür man man kann die Beispiele so die Schöber sich besser er kommt vom Kommen ich gebe dir schöne Delle komm warte ja komm her komm her komm her komm her komm her mal weg wenn ich kann es tun enteinigte Dollar Daten die Stücke Prozent hier stück die auch aber ich will noch Körbler haben ein die Größe sind dann auch gar nicht ins Wasser rein er kann ja unten was er weg machen bei liebens das Kabel um diesen Endermann und so aus Prozent Zeugnitz connect oder was größten der doch die 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 so lange du ihn nicht anguckst das ich habe mich fett umgedreht und gesagt Hallo Hallo Grote Nacht bei mir liegt es auch nur ein ganz kleines bisschen P P Doppel EF erp sein P Peter Pläneer P Doppel er er Stoff gehört zu Regen zu sehen weil ich habe so viel unnötigen Zorn gemacht nur jetzt komme ich es konnte Pro Gamer guckte an oder was ja erheblich auch ohne abzunehmen Weltrauten beim Fenster steht er vor dem Fenster und gewinkt boah jetzt da vor unser Haus hallo das Creeper den mach ich kaputt der ist der ist nicht der ist ok der tut keinem was da da oh der beamt sich gesprungen uh komm her ja du wohnert die ohne B du musst mal das Dach und ich versteck mich im Haus ruhig nicht sicher bin m bei uns ist niemand sicher oh bin ich dumm was hast du gemacht ja da wurden selbst anstatt mit Kabel hingespringen gesetzt so so dummer Junge geh weg von meinem Haus nee seh ich jetzt nicht mehr ein immer deine Schandtaten na lass mich doch Mann ich hab hier zur Tür hingesetzt miese Tür harte ich hab zwei Kürbis ich hab zwei Kürbis äh cool ich hab zwei Eier hallo guck mich an hm guck mich an look at me now look at me now bitch look at me now look at me now das sieht aus wie der Panzer von Juggernaut Junge nimm mal auch rein das sieht voll sick aus wie so Juggernaut mh und dann auch so gebückt gehen damit langsamer ist so dramatischer mit dem Schwert in der Hand hh 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 ich bin der Juggernaut na ich hab kaputt gemacht hm 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 warte jetzt komm mal jetzt kommt der Juggernaut ich hab Äppelprodukt das Ei essen und ich hab hm hm und ich hab ich hab ich lass es auf das sieht voll sick aus ich hab ne Keule komm her der Fisch der Fisch der Fisch ich kann nix mehr essen immer nur ein bisschen ja genau oh das ist so ein Tutorial für real life essen immer nur ein bisschen nicht so wie in Minecraft so alles schön rein stopfen ne das hilft auch nicht da kriegt man Bauch Aua da kriegt man Damage in Minecraft da kriegt man Damage in Bauch und so so scheiße sieht das gar nicht so aus so ne jetzt sieht so Juggernaut Style aus ich mein jetzt das Haus so das ne das sieht schon so aus ha 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 wieso wusste ich das das kommt und ich kenne es nicht so gut Aaaaah selten wieder mhm mach ich grad die ganze Ernte kaputt ich baue hat alles auf auch wenn er nicht reif ist I don't give a shit jetzt kommt der Jaga Farmer Jo Jaga Farmer ich habe MGs ich muss ihn dort blockieren hast du ein nö 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 dass er mal ein Kürbis hin nö wer ist eingefallen Mensch kann doch nicht machen da kann man sich doch verletzen hier muss einmal mit der Höhe haben mit der Höhe mit der Höhe oder Eisenhöhe nö nö komm 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 Lühteur ich muss auch noch einmal mit der Höhe Weide weiß wie geht das nicht hm er war mir leckons bible hallo Leute hallo geen guck denn u immer tees wow ich hab ja nicht springen illustrations hu ben gesproken bin hast du sie jetzt dank für deine hohe ja ich danke ich gebe dir auch gar nicht bitte deine hohe bin schneller hatte hier dann und jetzt hier ich spende dir samen muss gleichzeitig das muss ein einheitlicher abschnitt sein deswegen okay ich fang hier an komm ich jump hier jetzt einfach drüber weil es muss einheitlich sein so Junge ich fang hier an Heinz ja weiter pflanzen eins zwei drei uuuuuh oh ja ja warte auf die Würgenpulge Adebade da alle beiden so einzig ein zwanzig haben noch 19 hat noch und dann machen wir noch hier und da und da und da und da können wir noch die Reihe wollen machen ist gut Elkommand hier für nur einer k noch ein hier schon schlampig die ich lasse das auch ihnen genau jetzt wird wissen aufnahmen vorwärten bis zum nächsten Mal schließt